Lieber Gottes RNG, gib mir einen Charakter, den ich spielen kann, bitte! Ich sag voraus weiblich, Magier und kann nicht spielen. Und es ist geworden... Weiblich, Magier kann ich nicht spielen, aber wenigstens mal weiblich und Magier. Immer net was. Man kann nicht alles haben, aber man kann wenigstens das haben. Talia. Uiuiui, hab ich ja nie wirklich spielt. Ich weiß nicht wieso, ich glaube Gameplay gefällt mir aber nicht so richtig gut. Es ist cool, hundertprozentig, aber es ist dieses... Ich weiß nicht, ihre Ulti finde ich so, ja toll, du machst ne Wand. Ja, gut. Bringt jetzt... Bringt es okay, ist cool. Gibt halt... Oh, ich kann die Wand mit Kiana verbinden. Hmm. Oder mit... Hier, mit Orn. Mit dem Orn bleibt, was ich nicht weiß, aber vielleicht. Okay, wenigstens kann man mit ihr Glück poken, auch wenn sie den Nachteil haben wird, dass sie hier recht schnell keine... Empowered Queues mehr schmeißen wird. Denn wenn der Boden alles fertig ist, dann... Mh, mh. Schmeißen wir noch ein kleines Steinchen. Und der Schaden ist nur ganz so hoch. Äh, nee, ich gehe weiter auf... Domination und dann noch... Nein, 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 nein. Mh, mh, nein. Äh, äh. Sorry. Ja, besser als... Besser als gar nichts. Besser als bei Domination was ganz komisches zu haben und dann Attack-Speed oder so. Zwei die Fähigkeit. Das ist so, äh. Okay. Okay, Rakan, Ari... Nicht schon wieder Neun los! Na, und Gangplank. Och, nee. Oh, der wird später eine Katastrophe sein. Den hatten wir schon mal und der hat gewaltig reingehauen. Gewaltig reingehauen. Ui, 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 ui. Okay. Okay, okay, okay. Also gut. Wir haben Malfight. Wir haben Malfight. Wir haben Kartos. Oh, Kartos kann auch spannend werden. Alle 40 Sekunden, alle 20 Sekunden Ulti. Lass mich kurz rechnen Es könnten alle 40 Sekunden sein Und dann denkst du Ja gut, Rakan hat ein Schild wahrscheinlich dann Nautilus kann sich ein Schild geben Lulu kann sich ein Schild geben Ari kann sich auch heilen mit ihrer passiven Also es gab vielleicht bessere Gegner Um das zu kriegen Trotzdem nicht schlecht Trotzdem super Evil Tacos Oh, da kann kein bisschen was Bei uns kann Ja, nur der Nur der Malfight was Und ich kann gar nichts Weil ich sie nicht kenne Ich kenne Dalia nicht so gut Ich kann sie nicht so gut spielen Aber ich mag ihr Design Ihr Design ist super Und ich mag ihr allgemeines Gimmick Oh Gott, was war's denn gerade Ich mag ihr allgemeines Gimmick Von wegen Juh, ich kann Steine schmeißen Einfach Bäm, das war's Warum soll ich mir das Wohl Ja, warum soll ich mir das holen Brauch's ja nicht Obwohl ich krieg eine Menge AP dafür eigentlich, oder Ich kann's mal als Second Item eigentlich holen Warum nicht Ich mein, ja Ich werde davon Erstmal nichts kriegen Das ist logisch Aber ich werde später was durchkriegen Ich fang mal mit der W an Einfach, weil ich dann Leute zurückschmeißen kann Wenn sie Beispiel hier Dein Silvester oder dein Western Ich vergaß nur, dass meine Die Fähigkeit Eine recht komische Kudon hat Eine recht komische Aufbereitungszeit vor allem Viel wichtiger Oh wow Das, äh Das war Schaden Das war Schaden Oh wow, okay Okay, so geht's auch Okay, dann ist es weggegangen Ciao Okay, ich geh dann mal Ich geh dann mal Du und Zings Ihr habt doch schon nicht die Botlane Gegen Weiß ich gar nicht gegen wen Aber ich Gegen eh niemanden Ich werde gegen eh niemanden Botlane gehen Scheiße, ich gegen Oh, gegen Gangplank schon mal Damit kann ich leben erstmal Ach, sag bloß Katos fehlt Oh, bitte nicht Ich bin hier alleine gegen Zwei sein Das ist unfair Oh, ne, ist wer da Oh, habe ich Rakaten Ich habe Ari Oh Gott Das ist noch schlimmer Das ist ja noch schlimmer als ich dachte Das ist ja fast noch schlimmer Ich werde ja fast totge... Ich werde ja fast totge... Totge... Von dem Gangplank Finde ich auch nicht cool Finde ich auch nicht so cool irgendwie Oh, das war gerade sehr suizidmäßig von mir Ähm... Ähm... Was soll ich denn machen? Es ist wieder kaum genug Hilfe für irgendwas hier So, ich kann das machen Toll Oh, hey, Katos ist da Endlich Oh, danke schön, Katos Finally Alter Ja Was soll ich denn machen dagegen? Ich lasse alles, was hier gerade passiert Ah, was soll ich denn... Was soll man dagegen machen? Nein, 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 ich würde das sagen Die Sache ist Gameplaying heilt sich einfach die ganze Zeit Und... Unsere Meni sind auch totgebürstet Dagegen... Aua Das war gerade kein schönes Geräusch Dagegen können wir einfach nicht viel machen Klingt vielleicht gemein, aber ist halt so Das Beste, was wir dagegen machen können Ist einfach... Ja Aushalten Neu, klingt fies, ist auch so An die Aare komme ich auch nicht ran Wir können natürlich hoffen, dass unser, äh... Mein einziger Vorteil, den wir wirklich haben, ist, dass wir halt Range haben Die nicht Also zumindest eine von beiden nicht Ihr habt doch halt einen von den beiden Charmen Was auch nicht so toll ist Ah Kann man Boden sich mal eraktivieren So Karno Und vielleicht nur noch zwei Sekunden schon Das wäre cool Ah, die Sache ist Ich treffe aber niemanden Mit keinen meiner Fähigkeiten Nicht einer Ich meine, ich mache trotzdem Schaden Das ist nicht das Problem, aber... Ich mache trotzdem Damage Das ist das Gute Vorsicht mit den Füßchen Ich kenne die Fähigkeiten, die sie haben Ich habe auch keines mehr, ich habe keines mehr davor Au Sagt ihr, wird gleich von dem... Gameplay gekrittelt wie sonst was So Ach, ich wusste, dass es passiert ist, deswegen habe ich... Wieso habe ich das gemacht Keine Ahnung Weil ich vielleicht sonst keine Ahnung, wie ich meine Ultime nutzen soll Schon daran gedacht Ich meine, ich kann sie zum Reisen benutzen, aber Ich würde sagen, weit reisen muss man eh nicht Ich muss kurz zurück gehen, ich hoffe, das ist okay für dich Ich wusste es So, ich lebe noch, das ist gut Ich habe einen Kill gemacht Irgendwann mal, das ist auch gut Nur... Wie lange das noch hilft, weiß ich nicht Ich muss jetzt einfach mal... Äh, einfach warten Das alles kann ich eh nicht machen Ah, Kartus Okay Hat geflasht Das ist gut Nope Danke Au Hey, cool, er ist zurückgeflogen Super, er ist zurückgeflogen War das geplant? Eigentlich nicht Ah, der Kartus wird sterben Ja, und wie er sterben Wow, er hat lange durchgehalten dafür, dass er sterben wird auf jeden Fall Hat er Ulti? Er hat Ulti Nutzi Ulti Nutzi Oh, der Nutzi hat nichts auch Okay Die werden da hinkommen, deswegen Oh, die machen Dragon Das könnte ja auch sein Gucken Ich habe den Dragon gemacht Gut dann gehen wir wieder oh wow oh wow ich dachte ich könnte mitfliegen aber konnte ich nicht oder? aber ich Schaden litten habe oh der wird sterben oh wow das war okay ja ciao Tau obwohl ja doch gleich als ciao Tau nope was was ist das für eine range ich war auch nicht mal ich war nicht drin das kann mir keiner erzählen was da drin war ja Gameplay der macht einen halb mit einer Fähigkeit der killt sich gleich sofort was müssen wir dagegen machen go what you smoke go what you smoke bye oh wow das war sogar nicht schlecht gemacht von mir alter jetzt aber komm schon einfach ulti rein und bam ja gut das war vielleicht nicht die beste idee ja deswegen nämlich ja nee das funktioniert nein du hättest die Gänger treffen müssen nicht das Ding das Ding selbst funktioniert nämlich nicht es läuft gerade gar nicht gut ich glaube auch nicht gut ich habe gesagt ja schon ich kann sie nicht spielen habe ich ja schon gesagt dass sie nicht spielen kann man glaubt mir irgendwie nicht aus den Gründen um unsere Ängste zu besiegen müssen wir vorwärts kommen ja ich würde sagen so wo ist Ari da ist Ari so da ist Ari so dann macht ihr mal da weiter nicht gehen wir hier lang ich laufe ich bin schnell an den Wänden denn als andere so oh sorry actually nicht sorry geh tot nein komm zurück komm zurück habe ich gesagt geh doch komm zurück habe ich gesagt ich mag mich nur die einfach nicht ich meine cool ich kann damit in der Mauer bauen super that's fun I guess jetzt fahren fast an wow das nicht schlecht ja siehst du ja nein er meint auch ein Tower ist auch fertig so so ich kann jetzt keinmal ausbauen und der Tower mein Tower ist auch weg Gangplank ist hier ja und wir erinnern das Ja. Pass auf Gangplank. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Woo. Wäre es da. Ich glaube Ludus gekommen, oder? Ich glaube LULU war das mindestens. Ne. Das war Rakan. Rakan. Der ist auch... Der macht Schaden. Auch noch. Ok. Habe ich schon Sachen? Ja. Ich hab Sachen. Habe ich schon Sachen? Ja. Ich hab Sachen. Sehr gut. Will ich was Tankiges haben? Ich will gern das haben, aber ich wüsste nicht womit, weil ich kann mich so holen, aber ja toll Ist ein ganzer, ganzer alten Platz weg, ohne Grund Oh, äh, Kiana, das war nicht der Plan Kiana, das war nicht der Plan, das war nicht der Plan, guck, Mädchen, sorry, aber ne Das war nicht der Plan, das war nicht der Spiel Dieser Fels ist wie ein Teppich, den wir selbst wehen Bin ich ein sehr genervt davon, dass die die ganze Zeit, das hier machen Die Erde ruft und es muss antworten Mh So So Was willst du jetzt machen, ne? Was war dir jetzt, ne? Jetzt müsste auch so rumlaufen Jetzt müsste ich hier rumlaufen, ne? Jetzt musst du hier rumgehen Wenn ich beim ersten Mal nicht klappe, werfen noch einen Stein Oh, oder nicht? Oh, Lulu kommt Oh, Lulu ist gerade gekommen, super Dann holen wir uns den Bergdrafen Dann holen wir uns den Bergdrafen, ne? Dann holen wir uns den Bergdrafen Dann holen wir uns den Bergdrafen Dann holen wir uns den Bergdrafen Oh, wow, ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Fuck I'm sorry Didn't mean to Oh, warte Au, 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 au Aaaaah, und da kommt Gangplank, mach'n die Kills Ich hab'n Keep'n busy, was das so einfach Von warum wird's jetzt so... Warum wird's jetzt so... Warum wird's jetzt so Baron machen? Oh Keep'n busy Keine Sorge, Malfe macht das schon Malfe macht das Malfe macht das Yay, jetzt haben wir... Wir haben Baron gekriegt Hurra, Baron So, dann geh'n... Geh' jetzt um... Sorge, dass der Tor gemacht wird Und ich mach' mal das hier Wie mich keiner nerven kann Klar, kaum mach' ich das... Wär' ich genervt Wie jetzt erwartet Oh Versteck' mich bitte voran diesem Trattel Sinngrund liebe ich, wie sie das sagt Ich weiß nicht wieso Ich liebe's einfach Es klingt so einfach... Es klingt so richtig ehrlich Es klingt so... Ach, nicht wieder dieser Trattel So Da hast du recht Aber andere Steine setzen Moos an So, damit ist Ludl tot Und dafür stimmt auch gleich den Outlos Das ist sehr sicher, dass er sterben wird irgendwann Ich mein' es hat funktioniert Der Rakan fragt sich warum Es hat funktioniert Ja, der Tower ist weg Also... Oh Oh, da hat er einen Fehler gemacht Der hat Lust, da hat er einen Fehler gemacht Uuuuh Das könnten ihn den Tod kosten Nee, 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 nee Dafür machen wir nicht guten Schaden an ihm Dafür reicht der Schaden nicht Noch nicht Noch nicht Mhm Ich glaub' ich geh' nochmal zu Dragon Warum nicht Ich mein' warum nicht Dragon, wenn man schon kann Ich kann mal hingehen Ich mein' die wär' mich da eh nicht brauchen Also kann auch zu Dragon gehen Dragon Dragon, ich komme Dragon, ich komme Awww Nein, ich wollte Dragon machen Manu Na gut, meinetwegen Ja, ganz klar Haus hoch Super gemacht für Malphite Dankeschön Der hat das Spiel recht schon gecarried Und ich hab'n C wieder 2, 2, 8 Ich wollte das Spiel gecarried Wieso hab ich ein Like bekommen? Ich hab' ich nicht sehr gut Ich wollte sagen, das hätte nicht... Nee Aber... Charme mäßig Ja, ich war da Ey, ich war besser als... Ari Also, muss es mir geben Ich weiß auch... Rakanabert, Charme als Ari? Wow, interessant Jaaa Man macht was man kann, ne? Danke fürs zu gucken Und bis nächstes Mal Tschüss.